so 2k und 50 in 2k modus ist natürlich auch die schwenkung mit bei dass die kamera komplett mitzieht ja mikrofon ist hier ja extra die kamera ist kleiner als eine hand aber funktioniert erst rein ja für den test geht das ja jetzt müsste ich nur noch die ja komplett aufladen ja eigentlich müsste es klappen